Der FM4 Soundpark präsentiert Studio 2 Sessions. This is one of the nicest radio studios I've ever been in. This is one of the most popular studios I've ever been in. Musik 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 Ich habe dich jetzt schon öfters gesehen und jedes Mal war dein Set eigentlich komplett anders. Ja, definitiv. Gerade wie ich herausgefunden habe, dass es eben die Möglichkeit gibt, mit Timor etwas wirklich anderes zu machen, mit einem Publikum, das sitzt, wie alle netten Leute hier. Bei mir stehen sie und schwitzen sonst meistens. Also, das ist schon anders. Und, ja, da habe ich mir einfach auch mal gedacht, kann man es mal eben, wie gesagt, zusammen mit Clemens auch akustischer angehen. Und ich habe den Flügel gesehen, der da steht, wie du mir mal das Zimmer hier gezeigt hast. Und, ja, habe ich schon gewusst, das muss mal irgendwie etwas Ruhigeres werden vielleicht. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Abschluss, ja, und die ist echt unverschämt. Ich weiß, die stellt man Musiker nicht, ich stelle sie trotzdem. Welche Musik macht Dorian Concept in 15 Jahren? Ähm, ja, vielleicht das Gleiche sogar, irgendwie nur ein bisschen ruhiger oder ein bisschen schneller. Also, ich schätze, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wäre ich sogar Koch noch oder so, ein echt schlechter. und es ist diese Frau. 18, 19, 19, 19, 20, 20, Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020